Just say Just say Hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute ist mal wieder ein nachkommitiertes Facecam-Video hier für euch am Start und im Hintergrund seht ihr ein weiteres Call of Duty Black Ops 2 Gameplay. Das Ganze ist heute mal wirklich ein wenig exotisch in Anführungszeichen. Also jetzt nicht exotisch im Sinne von An94 mit Rotpunktvisier oder so. Sondern Leute, ich habe hier eine ganz gechillte Sniper-Nuklear für euch gespielt. Natürlich habe ich auch ein paar Kills mit der Secondary gemacht, also mit der B23R. Beide Waffen hier in der schönen Drachentarnung. Ich habe hier die DSR gespielt mit den Aufsätzen Dual Band und Vollmantel. Und ja, war jetzt nicht so die krasseste Sniper-Nuklear, wo halt alle Kills mit der Sniper gemacht wurden. Wie gesagt, ein paar Kills auch mit der Secondary, als halt die Gegner auf Nahkampf kamen und ja, ich kein Risiko eingehen wollte. Und ja, waren jetzt auch nicht alles so Quickscopes, HDX. Waren natürlich auch ein paar Hardscopes dabei, aber ich bin jetzt nicht so der beste Sniper, Leute. Ich glaube, das wisst ihr. Deshalb habe ich auch noch nie ein Sniper-Gameplay davor hochgeladen auf meinem Kanal. Aber dafür geht das Gameplay auf jeden Fall in Ordnung. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch wird es gefallen. Lehnt euch zurück und ja, genießt auf jeden Fall das Video, Leute. Und zwar, heute mache ich mal ganz gechillt den vierten Part vom FAQ-Video. Oder der dritte Part, ich weiß es gerade gar nicht. Und ja, wir fangen auch mal direkt an mit der ersten Frage, Leute. Und zwar, wie viele T-Shirts sind nach einem Tag bei dir durchnässt? Also in der Regel reicht auf jeden Fall ein T-Shirt aus, hoffe ich auf jeden Fall. Natürlich, ab und zu muss man dann abnormal schwitzen. Aber in der Regel bin ich eigentlich der Spieler, der ziemlich chillt beim Zocken. Also ich sitze eigentlich ganz normal so da. Ich bin jetzt nicht so irgendwie mit dem Kopf im Monitor und schwitze mir dann meinen Arsch voll. Also auf jeden Fall, ein T-Shirt reicht in der Regel aus. Es sei denn, man muss natürlich die ganze Zeit 24-7 gegen deutsche Abfucker spielen mit Remington EMP-Granaten. Dann kann es schon mal vorkommen, dass mal ein T-Shirt ziemlich nass wird. So wie bei Marcel zum Beispiel oder so. Aber wie gesagt, eigentlich ein T-Shirt reicht auf jeden Fall aus. Hast du einen Spitznamen? Ja, Leute, ich habe einen Spitznamen. Ich glaube, das wusste ihr noch gar nicht. Und zwar, meine Schwester nennt mich öfters Toni. Aber sonst meine Real-Life-Kollegen und so nennen mich eigentlich immer Anton oder halt im Internet. Barsa und genau. Nur meine Schwester nennt mich Toni. Wann hattest du deine erste Nuklear? Meine erste Nuklear hatte ich, glaube ich, so zwei Tage nach Release. Das Ganze war dann erspielt im Modus Sprengkommando mit Sex-Mann-Team hier mit Real-Life-Kumpels und so. Das Ganze erspielt, wo wir alle auf unsere erste Nuklear geschwitzt haben. Das war erspielt im Modus Sprengkommando auf jeden Fall. Auch mit Meltdown, Mitte 94. Zwei oder drei Tage nach Release habe ich auch schon sofort mit der N gespielt, obwohl sie damals nicht so stark war. Aber sie hat auf jeden Fall ausgereicht, um die erste Nuklear zu erspielen. Kommst du zu Gamescom? Ja, Leute, ich werde auf jeden Fall zu Gamescom kommen. Dieses Jahr kommt auch ja der ganze Impact-Clan. Es wird auf jeden Fall übelst nice. Marcel und ich werden natürlich auch am Start sein. Und ja, ich werde auf jeden Fall dort vertreten sein. Würdest du mit 50 noch YouTube machen? Oh, Leute, mit 50 weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich nicht mehr Call of Duty zocken. Ich werde jetzt schon teilweise verrückt von den ganzen Tri-Hards, gegen die man die ganze Zeit spielen muss. Aber sonst, ich weiß nicht, vielleicht macht man dann irgendwie andere Videos, also Real-Life-Videos oder so. Aber Call of Duty-Commentaries wahrscheinlich eher nicht mehr. One-Night-Stand oder Beziehung? Also ich bin eigentlich eher nicht so der Typ, der nach dem Motto einmal raus, einmal reingeht. Also auf jeden Fall Beziehung. Warum ist Marcel AK12er Prezi dein bester Gaming-Freund? Ja, Leute, das Wort Gaming-Freund trifft eigentlich gar nicht mehr so zu, weil Marcel und ich sind eigentlich auch schon richtige, gute, wirkliche Freunde geworden. Also jetzt nicht irgendwie Internet-Freunde. Wir haben uns ja auch schon im Real-Life gesehen. Ähm, zweimal. Also einmal bei den Gamescom und einmal habe ich ihn besucht bei sich zu Hause. Es hat auf jeden Fall immer übelst geborgt, mit ihm so abzuhängen und so. Und wir skypen jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr locker jeden Tag eigentlich. Mehrere Stunden. Und ja, wir haben uns eigentlich auch noch nie so richtig gestritten. Also es ist auf jeden Fall richtig cool. Und ja, wir sind eigentlich schon richtige Bros geworden. Also auf jeden Fall, Gruß an dich, Marcel. Was ist dein Lieblingsspiel außer COD? Also ich spiele sonst eigentlich noch richtig gerne FIFA, aber sonst, ja, spiele ich eigentlich gar nichts außer Call of Duty. Also auf jeden Fall FIFA. Was ist deine Lieblings-Kindersendung? Früher, Leute, habe ich so Dragon Ball Z gesucht und das glaubt ihr mir gar nicht. Das ist mit Abstand der beste Anime für mich. Also falls ihr irgendwie Dragon Ball Z nicht geschaut habt oder es verpasst habt, müsst ihr das unbedingt nachholen, Leute. Ohne Mist, man. Das hat mir immer so viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Wie gesagt, war mit Abstand meine Lieblings-Sendung. Und ja, ich habe da immer übelst alles gefeiert. Bin auf den Sofas rumgesprungen im Wohnzimmer. Hab dann Kamehameha in Real Life versucht nachzumachen und so. Hab sogar öfters davon geträumt. So ein großer Fan war ich davon. Und genau, Leute, das war es dann heute mit den Fragen. Falls ihr weitere Fragen an mich habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich werde sie dann beim nächsten Part beantworten. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Gameplay gefallen und auch das Commentary. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da oder auch ein Like. Je nachdem, falls es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.